Hey Operator, willkommen zu einer neuen Folge 6 exclusive mit folgenden Themen und zwar Twitch Drops und 21.2, neue Server in Rainbow Six Siege, Siege Champions, Transfers, GSA Qualifiers, AL League 1 und GSA Ladder sind die Themen für diese Folge. Und somit auch schon zum ersten Thema und zwar Twitch Drops und den 21.2 werden wir später im Meinungssegment behandeln, wo es darum geht, wo könnt ihr die Drops erhalten, was geht am 21.2 ab auf Rainbow Six. Das erfahrt ihr alles im Meinungssegment, also bleibt bis zum Ende dran. Und das nächste Thema ist, das ich schon angekündigt habe, die Server werden geupgradet von Rainbow Six Siege. Da ist bisher zum Beispiel Playstation und PC inbegriffen, Xbox folgt ein bisschen später, aber die neuen Server sollen besser zur Problemlösung beitragen, wenn es darum geht, Verbindungsprobleme aufzuspüren. Und das kann wahrscheinlich für uns alle nur einen Mehrwert darstellen. Und somit ist das nächste Thema, denn Sie Champions, das ist ein neues Programm, was Ubisoft ins Leben gerufen hat, wo es darum geht, Content Creator und Content Schaffende Leute zu unterstützen, wie zum Beispiel den Werten Verdi Poons oder den Werten Tore sind zur Zeit dabei. Man kann sich dafür nicht bewerben, Ubisoft wählt explizit Leute dafür aus, um daran teilnehmen zu können. Also wollt ihr daran teilnehmen, macht guten Rainbow Content und ihr werdet dementsprechend ausgewählt. Das nächste Thema sind Transfers, wo jetzt der Wertesecretly raus ist bei Chaos. Chaos hat er schon angekündigt. Sie wollen ihr Team wieder fit machen, dieses dann aber wahrscheinlich auch abgeben. Kenry ist zur Zeit gebencht, dafür wird Yag jetzt erstmal bei den Jungs bei Na'Vi spielen. Kenry hat aber auch schon angekündigt, er wird dann wohl nächste Season bei einem anderen Team vertreten sein. Das wird auf alle Fälle sehr, sehr spannend werden. Und damit kommen wir auch zum GSA-Qualifier-Part, den euch den Werten Shatter näher bringen wird. Ja, und damit auch von mir einen wunderschönen guten Tag. Die Qualifier zur GSA-Relegation starten demnächst. Und zwar das Ganze am 2. März mit dem ersten Qualifier. Vier Stück an der Zahl gibt es, an denen ihr alle teilnehmen solltet. Warum, erkläre ich euch gleich. Am 2., 4., 6., sowie auch am 7. März werden die Qualifier ab 18 Uhr dann auf Rainbow 6.de übertragen. Das Ganze hat natürlich gewissen Stand der Dinge, nämlich die Relegation zu erreichen. Man hat nicht automatisch, wenn du erster bist, in dieser Qualifier-Phase schon einen Slot in dieser GSA-League 2021. Nein, sondern du hast nur die Möglichkeit, in der Relegation zu spielen, wo unter anderem My Insanity und Turtle eSport mit vertreten sind. Das beste Team der GSA-Open-Qualifier erhält zusammen mit beiden ersten Plätzen der Ascension-League Season 1, sowie dem ersten Platz der Ascension-League Season 2, den beiden letzten Plätzen der GSA-League 2020, dem Gewinner der Uni-Liga und dem ersten Platz der GSA-Rangliste einen Platz in der GSA-League-Relegation. Es kann jeder mitmachen, der mindestens 18 Jahre alt ist, aus Deutschland, Österreich oder Schweiz stammt, also aus der DACH-Region. Die Regel gilt hier, drei aus fünf, also mindestens drei Leute aus der DACH-Region müssen dabei sein. Ansonsten zählt natürlich dazu, wenn ihr zwei zusätzliche aus dem Sitz EU habt. Solltet ihr keinen aus der DACH-Bereich dabei haben, habt ihr die Möglichkeit, dennoch mit einer deutschen oder DACH-Organisation an diesem ganzen Vorhaben teilzunehmen. Alle weiteren Informationen sind hier natürlich bei der OPA-League selber zu erlesen. Kommen wir dann weiter mit der Ascension-League, wo wir gerade drüber gesprochen haben, mit der Season 2, die geht so langsam dem Ende zu. Drei Spieltage sind es noch, Spieltag 12, 13 und 14. Diese werden am 16.23. und am 25. Februar ausgespielt, jeweils um 19 Uhr auf rainbow6.de. Mit folgenden Partien im Spieltag 12, die sehr interessant sein dürften. Austrian Force gegen Almfestung. Die Frage aller Fragen, wer hat das AF am Ende des Tags denn eigentlich jetzt genauer verdient? Aquida gegen Imperial und Playing Ducks gegen Panther sowie Mercury gegen V-Sports. Und gerade V-Sports sollte jetzt so langsam mal wieder aus dem Knick kommen, denn die brauchen Punkte. Ansonsten sieht es sehr schlecht aus. Spieltag 13 und 14 werden dann eigentlich am Ende nochmal sehr interessant, was die Punkteverteilung an sich angeht. Da können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen. Panther gegen Almfestung, Imperial gegen Austrian Force, V-Sports gegen Aquida, Mercury gegen Flying Ducks. Und im letzten Spieltag treffen dann Aquida gegen Flying Ducks, Imperial gegen V-Sports und Almfestung gegen Mercury sowie Austrian Force gegen Panther aufeinander. Und somit haben wir dann auch die aktuelle Lage nach Spieltag 9, 10 und 11. Ich gehe jetzt nur auf den 11. Spieltag ein. Die anderen Tage könnt ihr auch hier weiter natürlich ins Detail erkunden, wenn ihr auf der OPL-League-Seite einfach mal vorbeischaut. OPL-League.eu nennt sich das Ganze. Imperius aktuell auf Platz 1 mit 27 Punkten. Austrian Force ebenfalls mit 27 Punkten, allerdings nur auf Platz 2, weil sie eine schwächere Round-Difference haben. Ganze fünf Runden trennen sie voneinander. Albenfestung auf Platz 3 mit stabilen 24 Punkten. Also hier auch nur ein Spieltag voneinander getrennt. Also könnte sich hier im nächsten Aufeinandertreffen zwischen Albenfestung und Austrian Force auch schon eine ganz kleine Vorentscheid rausresultieren. Panther auf Platz 4, auf dem fünften Mercury auf Platz 6. Aquila siebter Platz preist Playindax und V-Sports hier aktuell mit Nullpunkten Schlusslicht mit keinem gewonnenen Spiel und eine Round-Difference von minus 43. Eben kurz erklärt, wie man dann eigentlich in die GSA-Qualifier beziehungsweise in die Redikation einsteigen kann. Nicht nur die Qualifier sind ein Weg, sondern ihr habt die Möglichkeit, auch über die GSA-Letter hier Punkte zu sammeln. Und auch hier, wenn ihr am Ende dieser Letter Platz 1 erreicht haben solltet, habt ihr die Möglichkeit, dort auch bei den Redikationen der GSA-League 2021 teilzunehmen. Drei Spieltage auch hier gibt es noch. Spieltag 7 wird heute Abend stattfinden um 18 Uhr. Das Ganze auf opalleague.eu auf twitch.tv. Und ja, das Ganze findet aber montags statt. Aktueller Stand der Dinge nach dem Spieltag 6 aus dem Force auf Platz 1. Da hat sich nichts geändert. Aktuell mit einer Win-Lose von 6-0. European Management hier ebenfalls mit 4-0. Aktuell kein Spiel verloren. Sind auch aufgestiegen von Platz 4 im Vortag. Das ist auch nicht so verkehrt. Forum 5 hat sich nichts geändert. Imperial eSports ist auf Platz Nummero 3 abgerutscht. Recast Gaming ist auch weiter abgerutscht. Vorher auf Platz 3. Jetzt nach dem Spieltag 6 auf Platz 6 gelandet. V-Sports hat sich zumindest hier hochgearbeitet. Von Platz 12 auf Platz 9. Victory eSports auf Platz 8 verbleiben. Mercury ist abgerutscht. Also hier immer wieder so ein ganz kleines Kopf-an-Kopf-Rennen, was die mittleren Ränge angeht. Wer neu reingerutscht ist, ist hier Monke, Carnivora und E-Wave ist leider abgerutscht. Loop dafür wieder aufgestiegen. Ja und damit kommen wir dann auch zum Meinungssegment. Wir haben ja schon angekündigt gehabt, dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen werden, wo ihr denn eventuell die Drops bekommen könnt, die es ja noch gibt. Und zwar hat da Ubisoft jetzt mittlerweile ein Update rausgehauen, worüber wir jetzt ein bisschen quatschen werden, der Werte Shatter und ich. Und zwar geht es darum, dass ja Phase 1 und 2 beendet wurden. Das war halt so, dass Phase 1 jeder haben konnte, der halt einen Twitch-Kanal besitzt so gesehen, konnte halt den Drops ausgeben an seine Zuschauer. Dann gab es Phase 2, das war für ausgewählte Content-Schaffende, wie zum Beispiel meine Wenigkeit und den Werten Shatter, Harris und viele weitere. Und jetzt kommen wir zu Phase 3, die vorher ein bisschen anders geplant war. Und zwar sollte Phase 3 so ablaufen, dass ihr das nur auf den Kanälen von RainbowSix.de erhalten konntet oder auf den anderen RainbowSix.de Kanälen. Jetzt hat man das aber ein bisschen geändert. Jetzt wird es nämlich anders ablaufen. Erstmal das E-Sports-Package könnt ihr heute noch erhalten, vom 15. bis 16. Februar bei Zander und Jericho. Und danach ist ja die Phase 2 komplett beendet und dann startet die Phase 3, die jetzt umgestaltet wurde, wie ich ja gerade gesagt habe. Da jetzt ja die Six-Invitational stattfinden, wird das so umgestaltet, dass alle Teams plus Coaches, die an den Six-Invitational hätten mitwirken sollen, jetzt die Charmes bekommen. Auf denen ihre Kanäle könnt ihr denn zuschauen und die Charmes bekommen. Und das wird jetzt starten vom 18. Müsst ihr vier Stunden zuschauen. Da kriegt ihr halt den Werten Charme, den ihr jetzt gerade im Stream seht. Und dann kommen die nächsten Charmes, wo euch ein bisschen der Wert des Shutter drüber erzählen wird. Ja, die Charmes, beziehungsweise die Watchtime hat sich da nicht verändert, was die vorherige Phase 2 anging. Ihr müsst hier, wie Ekenik gerade erklärt hatte, vier Stunden einfach zuschauen bei den jeweiligen Streamern, die dann in drei Tagen verteilt werden. 18. und 19. und 20. Müsst ihr zuschauen. Dann gibt es diese Death Charmes, werden sie auch ganz gerne genannt. Oder auch Community Charmes. Das ist sehr interessant. Wie gesagt, jeder Spieler, jedes Team, was irgendwie für die Six-Invitational qualifiziert war, hat die Möglichkeit, dann über seinen eigenen Twitch-Channel diese Dinger dann für euch rauszureffeln. Ist eigentlich eine ganz nette Idee. Somit hat man das Ganze sinngemäß nochmal für die Community zurechtgeschnitten, was eigentlich ganz geil ist, wie ich finde. Ja, nochmal zu den E-Sport-Packs, die dann am 21. Februar in dem Stream, der dann so für euch nochmal sehr interessant sein dürfte oder grundsätzlich für jeden E-Sport begeisterten. Sowohl auch jeden normalen Rainbow Six-Spieler, denn dort wird nämlich alles nochmal genauer erklärt, was dann eigentlich Phase ist jetzt mit dem nächsten Jahr, also mit dem Jahr 6, mit dem darauffolgenden Jahr 7 vielleicht. Ein Teaser noch dazu. Mehr Informationen werden wir euch dann gleich dazu teilen. Dieses E-Sport-Pack gibt es dann dort auch nochmal in dem Stream, aber nicht so, wie es halt bei den In-Game-Charme-Besitzer wie Jericho oder Zander, wo ihr fünf Stunden zuschauen müsst, reicht es hier nur eine Stunde zuzuschauen. Und dann kriegt ihr eins dieser begehrten Packs. Ja, und jetzt zeigen wir euch unten nochmal ganz kurz die Liste. Hier steht nochmal, dass ihr, wie gesagt, über den Drop-Register.ubi.com euch registrieren müsst, wer das immer noch nicht getan hat. Unten werden wir euch jetzt ganz kurz die Liste zeigen. Wie gesagt, wir werden diesen Beitrag für euch wieder unten verlinken, damit ihr euch explizit die Leute raussuchen könnt, wo ihr zuschauen wollt. Das dauert hier jetzt mal ganz kurz. Wir machen mal kurz ein bisschen schneller runterscrollen. Das waren hier jetzt die ganzen Leute, die sowieso schon bei Phase 2 dabei waren, wie wir hier gerade sehen. Wo natürlich fast der Argonie ganz oben steht, wegen A, weil so gehört sich das, ne? Und jetzt nähren wir uns langsam, aber sicher der Tabelle an, wo man halt sehen kann, wo es denn jetzt die Twitch-Drops gibt, die jetzt die folgenden Tage gedroppt werden sollen. Ich hatte ja gerade gesagt, vom 18., 19. bis 20. sind diese verfügbar. Und dann später auf rainbow6.de am 21. das eSports-Package nochmal. Die ganze Liste, die ihr jetzt gerade seht, könnt ihr eigentlich ignorieren. Und jetzt kommen wir zu der Liste, wo ihr das halt sehen werdet. Das sind halt alles eben Leute, die in irgendwelchen Teams spielen, die halt am Start gewesen wären bei den Six-Invitations. Wie zum Beispiel in Shilko, in Elims, in Britt, in Norton Cold von Dark Zero und Skies, in Hyper, in Retro und in Shuttle. Und auch natürlich die Coaches davon. Irgendwo ist hier zum Beispiel Shars drin, Shepard ist ja auch am Start und viele mehr. Wenn ihr diesen Kanälen noch nicht folgt, solltet ihr das dringend machen. Wir werden euch, wie gesagt, unten diese Liste bereitstellen. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Auch Pengu ist dabei, Uno ist dabei, Citizen ist dabei. Da ist gerade der erste Shars auf alle Fälle am Start. Somit wollen sie nochmal die Spieler unterstützen, die jetzt natürlich an Six-Invitations erstmal nicht daran teilnehmen können. Es könnte sein, dass auf alle Fälle bald ein neuer Starttermin bekannt gegeben wird. Darauf werden wir vielleicht gleich nochmal eingehen, wenn wir zu den 21. kommen. Der ja auch nochmal kurz thematisiert wird von uns beiden. Aber wir lassen mal ganz kurz hier die Liste nochmal ordentlich durchlaufen. Aces, Corey, Kaseka, Rips, Leon, Gitz und viele weitere. Wie gesagt, alle Spieler, die am Start gewesen wären, liegen jetzt diese Drops vom 18. bis zum 20. Die wir euch gerade gezeigt haben im Stream. Leider nicht bei uns auf dem Kanal, weder bei Shatter noch bei mir. Was halt sehr schön gewesen wäre, weil wir sind ja schließlich auch daran beteiligt gewesen bei den Six-Invitations. Und das wird hier aber leider flach. Die werden halt, wie gesagt, nur die kompetenten und schaffenden unterstützt. Einmal ordentlich durchgehen. Und damit ist man mit diesem Artikel auch zu Ende. Und jetzt kommen wir zu dem anderen wichtigen Artikel. Und zwar den, wo halt der 21. Zweite behandelt wird. Und zwar, was gibt es da zu den Shatter? Willst du darauf mal ein bisschen eingehen? Ja, es wurde ja schon auf Twitter auch ein bisschen gepostet. Der werte Why You, der Community Manager von Rainbow Six, hat das auch schon mal ein bisschen thematisiert, was dann eigentlich auch vorkommen wird. Und zwar werden wir am 21. Februar das Panel zumindest zu Gesicht bekommen, was höchstwahrscheinlich so oder so für das Six-Invitation schon vorbereitet gewesen ist. Und zwar werden wir darauf vorbereitet, was uns im Jahr sechs jetzt eigentlich erwarten wird. Also, welche Operator kommen neu dazu? Welche Maps werden eigentlich gereworked? Also, wirklich gereworked? Hier und da war es ja schon immer ein paar Vermutungen dabei gewesen. Eine Map war, glaube ich, soweit sogar schon bekannt gewesen. Und solche Sachen halt. Also, es wird wohl tendenziell Border and Coastline sein, wenn man davon ausgeht. Letztes Jahr bei Stadium war es Herford Base und Oregon, die in dieser Map drin vereint waren. Dieses Jahr ist es Border and Coastline. Und warum sollten sie sich die Mühe machen, die zwei Maps da reinzupacken, die anders aufzubauen, wenn es das nicht auch denn ist, was sie im Nachhinein bewirken werden. Also, kann man davon ausgehen, diese zwei Maps werden es auf alle Fälle werden schon mal. Und welche Maps da noch folgen, wird man denn halt sehen. Sorry, dass ich hier gerade in die Parade gefahren bin, weil das wohl Leute immer noch nicht so ganz verstanden haben. Dann mache ich weiter. Absolut. Ich lasse mich ja immer gerne überraschen, was dann so kommt. Aber diese Vermutung ist natürlich ein bisschen naheliegend. Wie gesagt, Future of Siege-Panel, also das, was uns eigentlich erwartet mit Rainbow Six, was für Änderungen kommen werden. Dann Community-Highlights, das gehört so zu einem Panel immer mit dazu. Also, hier werden dann gewisse Leute honoriert, die viel für die Community getan haben. Damals war es halt zum Beispiel, oder im letzten Jahr war es der Owner von CCS gewesen, die ja abseits von Rainbow, also von den offiziellen Kanälen, viel für die E-Sport-Community getan haben. Wir haben dann das Greater-Show-Match mit dabei. Da geht es auch immerhin um 50.000 US-Dollar, was dann wieder an eine Charity-Organisation ausgespielt wird. Also das Gewinner-Team darf dann entscheiden, wo es hingeht. Und da haben wir auch die beiden Teams dann, die gegeneinander spielen werden. Dann Show-Match Nummer 1 mit Big Brains, Maestros Mains, sehr gut, mit Macy J, Fast Anne, Kitty, Coconut Bra und auch der Cross Archon. Und bei dem anderen Show-Match-Team All Aim Ash Mains haben wir sogar einen Bekannten aus unserer deutschen Community dabei, nämlich den Jericho Five Bikini Booty zusammen mit Snapgar, Narkoleptic Nugget und die gute Sasslin. Und die werden halt gegeneinander spielen. Und ja, Logic Bomb 6 Invitational Edition ist dann auch nochmal so ein Ding. Das Ganze ist gepartnert mit Get Flanked, einem Content-Creator, der mit Dark Zero zum Beispiel verankert ist, zusammen mit Sironic. Die werden dann Episoden auf Logic Bomb halt machen, wo, wie ich es eben gesagt hatte, dann Leute aus der Community zelebriert werden, also honoriert werden mit diversen Sachen, die sie halt erstellt haben. Also die Content-Creator hier ein bisschen mehr den Fokus rücken, finde ich nach wie vor nicht verkehrt. Denn ohne diese Leute würde natürlich Rainbow Six nicht so groß sein, wie es halt aktuell ist. Ja und dann Twitch-Drops-Campaign, da bin ich mal gespannt. Und alle Infos dazu wird dann am 21. Februar dann auch nochmal näher erläutert. Beziehungsweise die Road to Six Invitational Drops Kampagne wird halt bis zum 21. Februar so laufen. So rum, wir haben euch das gerade genauer erläutert, welche Charms, wo, wie zu finden sind, wo ihr diese E-Sport-Packs dann auch erhalten könnt. Und wie gesagt, am 21. Februar selber habt ihr die Möglichkeit dann bei Rainbow Six, also twitch.tv slash Rainbow Six, dann dort dieses E-Sport-Alpha-Pack dann zu erhalten, jede Stunde die Möglichkeit eins zu bekommen. Genau und wie gesagt, das ganze Ding seht ihr dann auf Rainbow Six.de. Ich werde hier jetzt nochmal kurz die Bombe knallen lassen und ich werde nochmal sagen, wann ungefähr meiner Vermutung nach wohl die neue Season released wird. Ich habe es letztes Mal schon angesagt, es wird wohl tendenziell im März der Fall sein, etwa 2.9. oder 16. Ich bin jetzt sogar schon beim 16. Also diese drei Termine denke ich, 16. könnte sogar ganz gut hinhauen, weil es ist ja meistens so, dass wir drei Wochen Testphase haben, auf dem Test-Thorfer, wenn der Release kommt und damit wäre sogar schon nachvollziehbar, dass es eher der 9. bis 16. März werden könnte. Plus halt, dass es jetzt schon Indikatoren gibt, dass der Battle Pass da enden soll am 16. und somit halt da wahrscheinlich die neue Season starten könnte und somit könnte man davon ausgehen, dass sogar schon am 16. März wohl erst die neue Season released wird. Da lassen wir uns auf alle Fälle überraschen, ob da meine weiße Kugel dementsprechend korrekt ist oder einfach nur mein Kalender. Weil man kann ja davon ausgehen, alle drei Monate kommt eine neue Season, das wird auch weiterhin beibehalten und dann wäre es ungefähr dieser Zeitraum, weil er meistens immer am Dienstag neue Seasonen kommen mag. Somit sind wir aber auch hier durch mit dieser Folge. Schatter, es war mir wie immer eine Freude, mit dir arbeiten zu dürfen. Hast du noch irgendwelche netten Worte, sofern du nette Worte hast? Ich habe immer nette Worte irgendwie am Ende oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf den 21. Da fieber ich genauso hingegen wie viele andere auch, denn ich will wissen, was uns in diesem Jahr jetzt erwartet. Und wo ich am meisten drauf gespannt bin, ist wirklich diese Thematik mit den neuen Servern. Also nicht mit den neuen Servern, sondern mit dem Upgrade der Server. Was das für Auswirkungen auf uns hat. Ich glaube, das ist ein Thema, was jeden irgendwie wirklich beschäftigen dürfte, aufgrund dessen, dass man ja oftmals wirklich Probleme hat mit seiner nicht so guten Leitung oder die Problematik hat, gegen Leute zu spielen, die dann eventuell etwas weiter weg aus dem zentralen europäischen Raum ist. Schön, dass du das gerade ansprichst. Vielleicht wird es ja auch endlich mal so gemacht werden, dass Saudi-Arabien oder die ganzen Länder hinten, die zurzeit auf EU spielen müssen, die massiven Hyping haben, dann vielleicht auch endlich mal selber den Server gestellt bekommen. Wäre ja auch mal sehr wünschenswert, wenn sie jetzt schon die Server upgraden, dass man vielleicht diese Regierung auch langsam berücksichtigt. Somit kann ich euch sagen, Leute, danke fürs Zuschauen. Nächste Woche um 18 Uhr wieder eine neue Folge, das ist exclusive. Liked, abonniert und natürlich auch die Glocke aktivieren, ist ganz wichtig. Und Kanal abonnieren. Somit wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns dann natürlich morgen bei Agony R6S auf Twitch oder auch vielleicht bei Shutter auf Twitch und somit eine schöne Woche euch.